So, hallo und herzlich willkommen, Andreas Baulig hier. Heute mal ein YouTube-Video etwas anderer Art. Heute machen wir eine kleine Reaction und zwar auf diesen heute erschienenen Artikel in der Gründerszene. Gründerin rechnet mit ihrem Startup ab, ich könnte den Boden versinken vor Scham. Eine Sache vorab. Hier hat eine Gründerin einer Marketingagentur auf LinkedIn einen sehr, wie ich finde, ergreifenden Post verfasst, in dem sie schildert, dass ihrem Geschäft schlecht geht und dass sie die Vorstadt bis zum Jahresende eventuell insolvent zu gehen. Und das Ganze hat bei LinkedIn enorme Reaktionen hervorgerufen aus dem Agenturbereich, allgemein von Selbstständigen, von auch normalen Angestellten und so weiter. Und ich empfinde das hier als eine prinzipiell sehr, sehr gute Sache, dass sie sich da offenbart hat an dieser Stelle, dass sie da so ehrlich gewesen ist. Wir schauen uns auch gleich diesen Post im Detail an. Aber mir geht es ganz konkret jetzt hier in dem Video nicht darum, wie viele Kommentatoren, die es auch unter diesem Post da gibt, weiter auf sie in irgendeiner Form da in Anführungszeichen einzuprügeln und dergleichen. Sondern mir geht es darum, mal zu schauen, okay, anhand dieses Fallbeispiels, was kann alles schief laufen? Wie kann man es besser machen? Wie kann sie auch unter Umständen wieder rauskommen aus dieser ganzen Aktion? Und was kann man als junger Gründer gerade im Agenturmarkt, im Consulting-Markt aus diesem Fall hier lernen? So, Gründerszene hat hierzu einen Artikel geschrieben, der sehr, sehr interessant ist. Den werdet ihr sicher finden, das Ganze googelt. Ich schaue mir mal direkt den Post von ihr selbst an. So, das ist der Post von Christina. Ich werde auch übrigens nicht ihren Namen verwenden als Keyword in diesem YouTube-Video. Ich werde auch nicht den Namen ihrer Agentur als Keyword verwenden in diesem YouTube-Video, weil es jetzt nicht darum geht, sie jetzt hier auf ewig mit einem SEO-rankenden Video in irgendeiner Art und Weise da bloß zu stellen. Sondern, weil ich einfach nur diesen Fall hier wirklich mal, den sie halt auch öffentlich gemacht hat, kommentieren will. Ich kommentiere es ganz auch nur, weil sie es öffentlich gemacht hat, weil sie weiter noch darüber berichtet und dementsprechend, ja, das auch interessant anscheinend für sie ist, da weiter auch aufzuklären. Und dann dementsprechend hier meine Reaktion darauf. Also, sie hat hier gepostet, gestern offensichtlich, das müsste dann der 24. August gewesen sein, einen sehr interessanten Post, der hier losgeht mit, wir sind am Arsch. So, und sie schildert hier im Weiteren, was bei ihrer Firma Speicher 8 gerade los ist. Sie sind quasi Year-to-Date mit 53.000 Euro minus. Das sieht man auch dann hier unten, das ist ihr momentaner Jahresstand. Ich nehme an, das sind Geldeingänge faktische. Und ja, es sieht nicht so schön aus für die eigene GmbH logischerweise, wenn man hier dann im Prinzip noch eine große Summe aufzuholen hat bis zum Jahresende. Und ich fand es super interessant, weil sie sich halt, sie jammert nicht einmal. Das ist das Gute daran. Das finde ich auch sehr positiv, sondern sie analysiert sich selbst und geht mit sich selber öffentlich. Und das ist super beeindruckend, hart ins Gericht, indem sie einfach sagt, hey, sie will es auf die Reihe bekommen. Und der zentrale Punkt ist wohl der folgende. Sie hat es nicht auf die Reihe bekommen, Akquise zu machen und Kunden für die Firma ranzuholen. Das ist der eine große Faktor. Und sie hat gesagt, sie hat bei der Gründung 2019 einige krasse Investitionsentscheidungen getroffen, die nicht gut waren wohl. Emotional ist sie mehr oder weniger, wie sie schreibt, kurz vor dem Burnout. Hat keine Freude bei einem Job und so weiter. Das ist alles nicht so wichtig. Wirtschaftlich ist die Firma nicht erfolgreich, sagt sie. Und sie schildert halt, dass sie bei der Gründung eine gewisse Arroganz verspürt hat gegenüber ihren ehemaligen Arbeitgebern, weil sie eben der Meinung war, alles besser zu können. Und sie geht mit sich selber da wirklich hart ins Gericht. Ich fasse das Ganze nur mal zusammen für die, die den Artikel jetzt nicht selber lesen werden oder sich jetzt den ganzen Post hier nicht durchlesen. Und wie gesagt, sich hier zu offenbaren, wir sehen hier wirklich, wir haben hier 8000 Reaktionen mittlerweile drauf, über 1000 Kommentare. Das ist Wahnsinn. Ich habe das auch noch nie so gesehen. Und sie selber offenbart sich und sagt, sie müsste bis zum Jahresende hier ungefähr 30.000 Euro netto in den nächsten vier Monaten noch generieren. Also ich nehme an Cashflow. Und ja, sagt, it's on. So, was ist hier passiert? Ich habe mir mal ein paar Sachen hier angeschaut und verschiedene Punkte gefunden. Das mit Abstand beachtenswertendste, was ich zuerst gefunden habe auf ihrem Profil, ich habe das Ganze angeschaut. Und für diejenigen, die jetzt bisher hinzugeschaut haben, gar nicht wissen, wer ich bin, was ich mache. Ich bin selbst Unternehmensberater. Wir haben gemeinsam ein großes Familienunternehmen mit über, ja, in Summe jetzt fast 60 Mitarbeitern in der Firmengruppe. Wir sind selber im Bereich Marketing, Vertriebsberatung und so weiter aktiv. Ist aber jetzt nicht so wichtig. Long story short, ich mache mit allem, was ich hier mache, ja, über 25 Millionen Euro Jahresumsatz. Ich weiß so ein bisschen, wovon ich hier spreche. Und ich habe mir ihr Profil angeschaut. Und da ist mir direkt eins aufgefallen. Sie hat die Firma mit diesem Claim hier positioniert. Social Impact through Business Empowerment. Und das Problem ist, und das hat sie auch in den Kommentaren sehr bestand analysiert, dass Menschen nicht verstehen, was das bedeutet. Ganz konkret gibt es hier einen Text, den finde ich halt bezeichnend. Ende 2020 war ihre Firma damals noch eine anscheinend Performance Marketing Agentur. Und ich gehe davon aus, dass die Firma nicht erst jetzt in 2021 Probleme hatte, sondern auch schon ein bisschen weiter vorne. Ich gehe davon aus, dass sie vor 2021, das ist jetzt eine Vermutung, ich weiß es jetzt nicht, ich gehe davon aus, dass sie in 2019 nach der Gründung, dass sie in 2020 nach der Gründung Kunden gehabt hat im Bereich Performance Marketing. Und das Ganze zwar Geld gebracht hat, aber es war jetzt nicht mega gut. Weil sie schreibt hier, dass die Mitarbeiter nicht gerne ins Büro kamen, alles fühlt sich nach Dienst, nach Vorschrift an, Kunden nervten nur noch, die Performance war eher mittelmäßig, uns fehlte der Sinn. So, und ich habe folgendes festgestellt bei mir und meinen eigenen Kunden im großen Stil. Und zwar, wann immer dir in Anführungszeichen die Passion fehlt für dein Business, liegt es meistens weniger an der Sache, die du machst, sondern dass die Ergebnisse bei der Sache, die du machst, nicht stimmen. Denn gesetzt dem Fall, sie hätte exzellente Kundenergebnisse geliefert, die Kunden sind mega glücklich und würden nicht nerven. Gesetzt dem Fall, sie würde abstrakt viel Geld verdienen, damals in 2019, 2020, mit ihrer Marketing- oder beziehungsweise Performance-Marketing-Agentur. Dann wäre sie wahrscheinlich nicht so unglücklich gewesen mit dem Job. Der Punkt ist, der Passion zu folgen, weil das vermeintlich besser ist, ist meiner Meinung nach und Erfahrung nach. Und ich habe wirklich tausende Leute mittlerweile beraten. Ich sehe jung aus, aber es ist wirklich so, ja. Ich habe tausende Leute bei diesen Themen beraten. Die Passion für ein Thema kommt eher dadurch, dass man positives Feedback von anderen bekommt, dass man Ergebnisse sieht, auch in Form von Geld, gerade bei der eigenen Selbstständigkeit, als dadurch, dass man was macht, was man jetzt unbedingt inhaltlich liebt, sofort. Weil man kann auch die inhaltliche Liebe für ein Thema verlieren, wenn das Business nicht läuft. Man wird aber ein Business, das geil läuft und sehr viel Geld bringt und man hat sich aus dem Tagesgeschäft irgendwie halbwegs automatisiert zurückgezogen, arbeitet strategisch. Daran wird man schon immer Spaß haben, weil es kommt viel bei rum, die Kunden sind happy und man arbeitet in dem, was man am besten kann. Strategisch zum Beispiel, statt jetzt im Tagesgeschäft irgendwelche Anzeigen noch zu managen und irgendwelche Creatives aufzusetzen und durchzuklicken. Und da war, glaube ich, der Anfang vom Ende. Weil was sie jetzt beschreibt, was sie jetzt erkannt hat, sind Themen, die sie auch vorher gehabt haben wird. Weil sie schreibt zum Beispiel hier, dass sie sagt, sie hat die Akquise quasi nicht auf die Reihe bekommen. Wenn sie die Akquise nicht auf die Reihe bekommen hat, mit ihrer neuen Positionierung, wie gut die Positionierung ist, aber sprechen wir gleich noch. Dann wird sie es als Performance-Agentur, wenn sie generell sagt, sie sei Akquise schwächer oder sie hat damit nicht so viel Ahnung. Und sie hat in den Kommentaren auch irgendwo, glaube ich, geschrieben, dass sie noch nie einen Kunden bei LinkedIn akquiriert hat in zwei Jahren. Selbst als Performance-Marketing-Agentur, was sie ja bis Ende 2020 noch war. Was sie momentan als Positionierung hier oben hat, ist wohl ein 2021-Element. Das heißt, die Akquise-Schwäche und die fehlenden Kunden und die Möglichkeit, problematische Kunden durch einfache Kunden zu ersetzen, ist das eigentliche Kernproblem, von dem wir hier sprechen. Die fehlenden Grundlagen. Und das ist auch das, was sie angeteasert hat. Sie hat gesagt hier, ich hatte eine gewisse Arroganz gegenüber meinen Arbeitgebern. Ich nehme an, dass sie viele Dinge, die ihre Arbeitgeber gut gemacht haben. Management, Personalführung, auch wenn es hart ist, auch mal vielleicht mit den Mitarbeitern vielleicht ein bisschen einfach umgehen können. Ja, wenn die Mitarbeiter mal was haben, dass man da ein bisschen als Arbeitgeber seine Position verteidigt zum Beispiel. All die Sachen, die sie als Angestellte vielleicht genervt haben. Akquise, Vorgaben, Struktur, ein harter Chef vielleicht, auch vielleicht ein irrational wirkender Chef. Das sind alles Spekulationen. Aber das sind Sachen, die wollen, dass sie besser machen. Und weil sie wahrscheinlich da gegenüber eine gewisse Ablehnung hatte gegen Sachen, die bei einer größeren Agentur offensichtlich funktionieren, zum Beispiel Vertrieb, denke ich, dass diese gewisse Verabscheuung von Grundlagen, nämlich Vertrieb, Marketing in der Selbstständigkeit, was das A und O ist. 80% der Ergebnisse kommen nur durch Marketing und Akquise am Anfang, nicht durch die geile Leistung, nicht durch ein geiles Branding. Da ging es los. Und das Problem ist, dass an dieser Stelle hier, als es noch nicht lief bei der Performance-Agentur, wahrscheinlich, wie gesagt, das ist eine Meinungsäußerung von mir, das ist einfach nur meine Analyse, weil ich so als Experte in dem Bereich, der tausend Leute analysiert hat, schon gesehen habe. Wahrscheinlich wurde hier gesagt, hey, wir erkennen nicht den blitten Fleck bei uns selbst, dass wir nicht akquirieren können, dass wir uns nicht verkaufen können, sondern wir glauben, das Ergebnis kommt nicht, weil wir nicht unserer Passion folgen. Und dieser Passionsgedanke, diese Frage nach dem Warum, das kommt hier, ja, warum machen wir das alles, ja? Wir haben uns gefragt, was ist unser Ding, was wir machen wollen, was ist unser Warum? Und dann kommt man halt zu der Idee, jo, wir sind Millennials, unser Warum ist unser Endgegner, wir brauchen irgendeine Passion, damit wir motiviert sind, sind für die Arbeit. Aber hier wurde Symptom und Ursache so ein bisschen verkehrt, wahrscheinlich, ja? Sie hat wahrscheinlich gedacht, hey, der Grund, warum es nicht läuft, ist, dass ich keine Energie für mein Business aufbringen kann. Während der eigentliche Grund, warum man keine Energie für das Business hat, ist, dass man etwas hat, ein System, das nicht funktioniert. Wenn die Akquise schon fehlt im Business, kann man nicht gut schlafen, man kann sich nicht entspannt zurücklehnen, man weiß nie, wo der nächste Kunde herkommt und das sind riesen Problemfelder. Und damit steht und fällt das Ganze dann. Also meine Analyse war, ich habe hier ein Dokument schon angefertigt gehabt, ja? Das sind meine Spekulationen, Meinungsäußerungen. Meine Analyse ist wie folgt. Sie hat ein fehlendes Problem für die Grundlagen von Vertrieb und Marketing und Organisation, eventuell auch Mitarbeiterführung, dazu weiß ich jetzt nicht viel, wahrscheinlich gehabt, weil sie sagt hier, in der alten Welt, wo ich vorher in anderen Betrieben war und ich habe mir ihre Historie angeschaut, sie war teilweise bei sehr großen Unternehmen, da wird dann starre Struktur gewesen sein, diese Abneigung gegenüber der alten Welt wird sie so ein bisschen bei der Selbstständigkeit eingeschränkt haben, weil sie das Bewusstsein für die Grundlagen von Vertrieb, Marketing in der Selbstständigkeit, nicht von großen Brands, sondern für sich selber als einzelne kleine Marke am Anfang, nicht hatte. Konkret, Vertrieb, Akquise, darüber haben wir schon gesprochen, ja? Sie hat lieber an der Marke rumgebastelt und Geld investiert in irgendwelche Dinge, die wahrscheinlich nicht sofort Umsatz bringen, zum Beispiel irgendwelche Mitarbeiter, die man eigentlich noch gar nicht benötigt, weil man gar keine Aufträge hat oder ein schönes Büro, das man eigentlich auch nicht benötigt oder irgendwas mit Branding und so weiter. Alles Sachen, die nicht unmittelbar Geld bringen und nicht unmittelbar bei der Akquise helfen. Der Fokus auf diese Sachen kostet A, Geld, faktische Kosten, die sofort entstehen, aber auch Opportunitätskosten, weil man eben keinen Vertrieb macht. Und das ist der Ausgangsfehler, okay? Aber gesetzt dem Fall, all das hätte funktioniert, hätte die neue Positionierung denn überhaupt funktionieren können? Und da kommen wir jetzt zum letzten entscheidenden Problem, denn ich gehe davon aus, dass sie in 2019, 2020 wesentlich mehr Geld verdient hat. Dazu weiß ich jetzt hier noch nichts, hand der Kommentare, ja? Aber das sind die Zahlen aus 2021, die sie publiziert hat. Ich wette, die Performance Agentur hat vorher mehr Geld gebracht, hat zwar keinen Spaß gemacht, ja, aber hat mehr Geld gebracht. Und dann gab es dieses Rebranding auf den aktuellen Bereich, so. Und wenn wir uns mal die repositionierte Firma anschauen, das ist die Webseite, okay? Dann haben wir das Problem, dass wir im Prinzip zwei, drei Themen haben. Wir haben einmal das Thema der Zielgruppe selber, die dieses Angebot adressieren soll, dazu komme ich gleich. Wir haben aber auch einfach ein Verständnisproblem, was überhaupt hier gemacht werden soll. Denn diese Seite hat leider, und da muss ich einfach auch mal aus Fachrichtung kritisieren, sehr wenig Anknüpfpunkte für mich, um zu verstehen, worum es hier geht. Da wird mehr ein Gefühl transportiert, als eine Sache, die ich faktisch geliefert bekomme, ja? Die Mission der Firma zum Beispiel, als Teil der jungen Generation nicht mehr untätig zu sein, sondern irgendwie die Welt ein Stück für Stück verändern, das macht man als Branding- und Strategieagentur für nachhaltige und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Damit kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich eben schon gesagt habe. Die Zielgruppe an sich ist schwierig, ja? Die Zielgruppe an sich ist schwierig. Warum? Ganz einfach. Die Frage, die man sich stellen muss, wenn man sich positioniert, ist, gibt es überhaupt einen Market-Fit? Also gibt es überhaupt Menschen, die dieses Angebot brauchen? Und meiner Meinung nach, wenn ich an gemeinwohlorientierte Unternehmen denke, die Budgets haben, also richtig Budgets, dass man auch damit Geld verdienen kann, als Branding- und Strategieagentur. Die, wie ich das hier rauslese, woanders so soziale Themen angehen will. Ich denke jetzt wahrscheinlich hier, vor allem durch die Bild-Assoziationen hier mit Protestern, ja, denke ich sowas an, wie was wie Fridays for Future und vergleichbare Themen, ja, dass anscheinend Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, so Change-Projekte einzuleiten, dass die die Zielgruppe sind. So, und da komme ich zu dem Problem, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach nicht einmal 5000, geschweige denn 20.000 potenzielle Kunden gibt, die man aktiv akquirieren könnte. Die nächste Frage ist auch, wenn ich mich komplett offen repositioniere von der Performance-Marketing-Agentur zu einem Angebot dieser Art, habe ich im Vorfeld das Ganze schon aktiv verkauft? Habe ich schon mal 4, 5, besser 10 Kunden gewonnen, bevor ich mich positioniere öffentlich dazu? Oder mache ich es einfach auf Verdacht? Weil wenn ich Kunden empfehle, sich zu repositionieren, sage ich immer, bevor du es machst, säg nie den Ast ab, auf dem du sitzt, gewinne erstmal 4, 5 neue Kunden in dem Feld durch direkte Akquise, bevor du wechselst. Das ist vielleicht hier nicht passiert. Ich weiß es nicht, ich konnte nicht alle Kommentare durchlesen, aber das ist vermutlich auch nicht passiert. Oder sehr viele machen diesen Fehler generell, da ist sie nicht die Einzige mit. Selbst wenn es diese Unternehmen geben würde, diese 5.000 bis 20.000 Unternehmen, Geld ist konservativ. Das heißt, diese Zielgruppe hier, die progressive politische Messages als Unternehmen verkündet, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger Budgets zur Verfügung. Millennial-Bewegungen haben generell noch nicht so viel Geld zur Verfügung, weil Millennials noch nicht so viel Karriere machen konnten, potenziell nicht auf den Töpfen von Geld sitzen und dementsprechend auch generell weniger kaufkräftig gewesen wären. Dass das so ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit, unabhängig von der Akquiseschwäche unter Umständen, sehen wir ja wahrscheinlich in den Einnahmen hier. Wenn ich mir anschaue, wie viele Kunden können das sein, wenn hier bisher nur 50.000 Euro Einnahmen geflossen sind dieses Jahr. Das ist, ein Kunde, der 50.000 bezahlt, ist schon gering für eine Agentur, dafür, dass sie ein Jahr an einem Projekt arbeitet. Also man sieht hier, dass selbst wenn ihr Kunden gewonnen wurden, aus diesem Umfeld, dass diese nicht kaufkräftig sind. Selbst wenn sie also akquise stark wäre, könnte es trotzdem sein, dass die Zielgruppe einfach komplett nicht geeignet ist, um eine größere Agentur damit zu betreiben. Weil das nächste Problem, was sie konkret hatte, ist, dass hier laut der Übersicht über die Mitarbeiter mindestens halt drei Personen daran arbeiten. So, und diese drei Personen müssen finanziert werden von der Zeit faktisch 50.000 Euro im Jahr. Und das geht nun mal gar nicht. Punkt. Also selbst wenn diese Einnahmen jetzt hier bei 100.000 Euro liegen würden und wir hätten gar keine Kosten, dann wären diese 100.000 Euro für mich, für einen normalen Selbstständigen, gerade so ausreichend, um zu leben. Weil wenn man sich konkret selbst bezahlt, dann müsste man sich ja, um sich gleichzustellen mit dem Angestellten, mal mindestens so 8.000 bis 10.000 Euro jeden Monat über haben, um sich selber mal 3.500 Euro brutto zu zahlen und ein bisschen Geld beiseite zu legen für die Firma. Das heißt, selbst 100.000 Euro Einnahmen oder 200.000 Euro Einnahmen wären viel zu wenig gewesen für drei Mitarbeiter. Also hier stimmt irgendwas generell gerade nicht von der Kostenstruktur. Das kommt noch dazu. Das ist aber ein generelles Problem. Also so oder so wäre diese Zielgruppe eher Low Budget gewesen und die Akquise, die manuell erfolgen würde, würde sich überhaupt nicht lohnen. Das ist halt ein Riesenthema. Und zu guter Letzt, das ist mein letzter Kritikpunkt, selbst wenn ich jetzt hier ohne Ende Projekte ranziehen könnte in diesem Bereich, so handelt es sich jedes einzelne Mal um ein neues Individualprojekt. bedeutet, dass ich jedes Mal von vorne anfange, ich keine Effizienz reinbekomme, jeder Kunde wird was anderes, jeder Kunde ist irgendwie neu und ich kann niemals Prozesse etablieren, die es mir erlauben, mit einem Team effizient einen Kunden nach dem anderen am Fließband in gewisser Form abzuarbeiten. Bedeutet, ich habe enormen Personalaufwand, ich muss immer Personal auch vorhalten, um neue Projekte annehmen zu können und Agenturen, die normalerweise so arbeiten, haben entweder riesige Großkunden, die enorm Budgets haben. Ich denke, da kennt ihr jeder, der hier zuschaut, der selber im Agenturbereich unterwegs ist, der kennt da die großen Namen, die es in Deutschland gibt. Die sind super profitabel, aber kleine Unternehmen, die jedes Mal neue einzelne Projekte machen müssen, ohne sich auf eine Zielgruppe eng zu fokussieren, wo man immer das Gleiche abliefert, die sind kaum profitabel, nicht nennenswert. Die haben sehr geringe Margen, obwohl es Dienstleistungen sind und das ist auch ein Problem. Das heißt, diese individuellen Kunden zu betreuen, ist sehr kostenintensiv und das wäre auch keine Lösung gewesen. Da war tatsächlich vorher die Performance-Marketing-Agentur, die hier geschildert wurde, tatsächlich besser. Das wäre ein skalierfähigeres Geschäft gewesen, wenn man zum Beispiel sich nur auf E-Commerce-Kunden spezialisiert hätte oder auf eine Branche, für die man Leads generiert oder wenn man nur Branding gemacht hätte für Kunden, dann wären die Abläufe wenigstens immer gleich gewesen und dann hätte man hier Effizienzen reinbringen können. Das wäre alles sinnvoll gewesen. So, summa summarum, 30.000 Euro, liebe Christina, in den nächsten vier Monaten ist kein Problem. Du hast jetzt hier enorme Reichweite bekommen. Ich werde mit dir, wenn du einfach nur schaust, was jetzt hier alles rumkommt, dann wirst du zwei, drei Aufträge finden können, die fünfstellig sind und du wirst es schaffen, das hier noch zu schaffen. Also die 30.000 bis zum Ende des Jahres, die packt ihr. Problematisch ist nur, wie ich schon sagte, selbst wenn ich jetzt hier 100.000, 80.000 Einnahmen oder so im Jahr habe, da kann eine Person vernünftig von leben. Mein Ratschlag, bitte an den Grundlagen arbeiten, bitte verstehen, dass in dieser Entwicklungsstufe des Businesses 80% der Arbeit investiert werden muss in Marketing und Vertrieb, seine eigenen Dienstleistungen. Und das gilt eigentlich für alle Unternehmer, die nicht mindestens um eine Million Euro im Jahr machen. Fokussiert euch auf Akquise, fokussiert euch auf Social Media, fokussiert euch auf das direkte Ansprechen der Zielgruppe, aber vor allem braucht ihr überhaupt erstmal eine fixe Zielgruppe, die auch Geld hat, um erfolgreich zu werden. So, das ist mein Appell, wer mehr über uns, mich erfahren will oder auch konkret diese Themen, die ich angesprochen habe hier, in der Praxis kennenlernen will, dem kann ich empfehlen, mal auf www.bauligbuch zu gehen, das ist diese Domain hier oben, bauligbuch.de. Wir haben zwei kostenlose Ratgeber rausgebracht in den letzten zwei Jahren. Wie gesagt, wir haben über 4.000 Kunden beraten, machen selber über 25 Euro im Jahr Umsatz mit unserer Agentur beziehungsweise unserer Unternehmensberatung. Und ja, das ist was für euch. Ich empfehle insbesondere für alle Agenturbetreiber, die noch keine Millionen im Jahr machen an Umsatz, dieses Buch Wissen macht Umsatz. Schaut es euch mal an. An Christina, wie gesagt, alles Gute. Wenn das Ganze hier siehst, wenn es dir gefällt, schreib mir gerne mal, auch gerne bei Instagram. Du findest mich da unter at andreas-baulig. Ich kann auch gerne dieses Buch hier zukommen lassen als Ratgeber und bin mir aber sicher, das ist absolut machbar. 30.000 Euro in vier Monaten ist im Agenturbereich nichts Besonderes. Für jemanden, der mal systematisch in der Akquise geht, nochmal riesen Respekt, riesen Respekt an dich, dass du dich überhaupt hier so offenbarst. Dazu gehört enorme Stärke. Du holst auch nicht rum, den Beitrag hier. Das habe ich auch gesehen, dass da einige Kommentare in die Richtung gehen, die gesagt haben, hör auf rumzuholen. Das tut sie nicht. Sie geht sehr stark mit sich selbst in die Kritik. Steht dazu, offenbart sich hier auf eine Art und Weise, die ich so auch noch nie gesehen habe. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch hervorragendes Marketing. Sie hat jetzt die Aufmerksamkeit, sie kann sie jetzt in klingelnde Münze verwandeln. Und ich empfehle dir, wie gesagt, schau dich gerne mal um. Ich kann dir das Buch gerne auch zusenden lassen. Schreib mir ganz kurz, ob du es haben willst. Und ja, viel Glück für die nächsten Monate. Auch viele, die in den Kommentaren geschrieben haben, von wegen, yo, das Jahresendgeschäft ist schon fast rum, es werden kaum noch Aufträge vergeben. Das ist auch Nonsens. Ja, man kann immer noch alles rumreißen. Meiner Meinung nach, jetzt wo der Sommer rum ist, geht es erst richtig los. Dementsprechend, die 30.000 nette Umsatz, die hier noch Cashflow fließen, müssen dieses Jahr damit eine schwarze Null ist. Das ist absolut machbar und inzentiviert bist du, bekannt bist du jetzt auch. Und ja, mein Rat ist, sucht euch vielleicht inhaltlich ein anderes Thema. Branding habt ihr, glaube ich, drauf. Es gibt jede Menge Leute, die Branding-Angebote suchen. Aber ich habe halt so meine Bauchschmerzen bezüglich der zahlungskräftigen Zielgruppe an dieser Stelle. Ich empfehle da eventuell mal im klassischen Bereich reinzugehen, wo Unternehmen sind. Ich hatte auch was aufgeschrieben, jetzt habe ich noch vergessen zu erwähnen. Wenn es dir wichtig ist, was zu machen, wo du was bewegst, dann empfehle ich dir, baue dir hier ein solides Hauptbusiness auf, das sehr, sehr viel überschüssiges Geld abwirft und finanziere damit so passionierte Projekte eher nebenher. Denn du kannst dich ja einsetzen für diese Themen, das ist sogar sehr löblich. Aber es ist besser, das von einer Situation, wo dein eigenes Einkommen stärker gesichert ist, zu machen, wo du selber mehr Geld hast, um andere auch mehr zu bewegen. Das macht viel mehr Sinn, sich selbst erst in eine machtvolle Position zu begeben, wo man finanziell sehr gut aufgestellt ist und von da aus im Prinzip Projekte anzustoßen, die dann wirklich was bewegen können. Das heißt, es sollte immer ein solides Hauptbusiness geben, das ein ganz normales Brot und Butter und Tagesgeschäft hat, das sehr, sehr viel Geld abwirft. Damit kann man dann ambitionierte Ziele und Passion-Projekte umsetzen. So, Grüße gehen raus. Ich würde mich gerne auch über Kommentare freuen unter diesem YouTube-Video hier. Und ja, viel Erfolg an Christina für die nächsten drei Monate. Ich verfolge das Ganze jetzt hier mal ein bisschen auf LinkedIn in nächster Zeit und wünsche dir alles Gute. Macht's gut. Ciao.